photoshop für fotografen teil 2 ist draußen endlich ist es soweit ihr habt oft nachgefragt wann es endlich den zweiten teil gibt und jetzt ist es soweit photoshop für fotografen teil 2 die fortsetzung von dem ersten teil die darauf aufbaut und jetzt geht es los dass wir tiefer in die materie einsteigen und ganz spezielle themen bearbeiten wie du deine bilder richtig geil optimieren kannst in diesem videotraining werde ich dir zeigen wie du mit luminanz masken arbeitest wie du luminanz masken erstellen kannst was luminanz masken sind wofür sie gut sind und wie ich damit meine bilder wirklich richtig gut optimieren kann wie kann ich kontraste aufbauen in bestimmten bildbereichen wie kann ich meine farben optimieren wie kann ich dodge and burn anwenden und das in nur ganz speziellen bildbereichen die ich mir wirklich ganz präzise auswählen kann wir werden uns außerdem mit dem focus stacking beschäftigen und mit einfachen blendings all das wirst du in diesem video training erfahren das video training geht ungefähr drei stunden lang du wirst raw dateien inklusive bekommen mit denen mitarbeiten kannst und all das gibt es ab sofort auf meinem online store www stefan schäfer-store.de ich wünsche dir ganz viel spaß mit diesem video training und ich hoffe dass du dabei genauso viel spaß haben wirst wie ich und eine menge lernen wirst